Was ist die Reiserichtigen? Wir haben einfach die Reiserichtigen rausgegeben. Wie? Auch die Reiserichtigen rausgegeben. Wie? Oder wie? Der verarscht ist ja nicht. Der Ingen hat oben nicht. So, jetzt verarscht ich mich hier ein bisschen, nicht? So, bist du schon überhaupt noch so hin? Ja. Gerade wolltest du mich klären, nicht? So, so. Gerade wolltest du mich klären. Heute haben wir ab, du bist gar nicht gefragt. Hallo. Gut, so. Das ist ja überall. Wo ist der andere, nicht? So. Wo ist der andere Eberhard? So. Da oben ist er, nicht? Komm mal her. Hallo. Komm her. Hallo. Komm her. Da ist der andere Eberhard, nicht? Wir beiden sollten morgen verreiben, ja? Und wir warten noch so hin, ja? Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Hallo. Hier. Okay. Hier, beide רוצeln Eberhard, ja? Okay. Alles ist gut, nicht? So. Hier nicht. So, hier nicht. Heute ist da, nicht? Schwächig, schwächig. So. Aufs Gutes. Vielen Dank.